Hi Freunde, herzlich willkommen zum FM 2021. Hi Matthias. Hi. Wir sind zurück. Es geht mit dem neuen FM los. Danke, dass du dir auf die Zeit genommen hast. Ja, die Beta ist draußen. Das heißt, das ist natürlich noch nicht das finale Spiel. Aber wir haben uns gedacht, wir machen, wie eigentlich auch in den Jahren davor, eine Teams-to-Play-Serie. Also interessante Aufgaben, die man vielleicht mal probieren kann im FM, wenn ihr noch keine Idee habt, was so euer erster Safe ist. Und ja, was ist dein erster Safe? Wie schaut es bei dir aus? Was hast du vor? Mein erster Safe wird wie immer Nürnberg sein. Das mache ich einfach jedes Jahr. Und man kann nicht sagen, dass Nürnberg keine Herausforderung ist. Hast du es jedes Jahr geschafft, entlassen zu werden? Weil du hast mir das teute Vorzeit wieder geschrieben. Ja, tatsächlich. Im FM 20 habe ich es bisher noch nicht geschafft, entlassen zu werden mit Nürnberg. Ja? Gestern war es dann so weit. So, deswegen ist gut, dass es jetzt der FM 21 draußen ist. Dass du es gerade noch geschafft hast, so am letzten Drücker, gell? Genau. Perfekt. Ja, Teams-to-Play. Es gibt Jahr für Jahr eigentlich interessante Aufgaben. Mir fallen da, ich sage mal so, ich habe Jahr für Jahr eigentlich Vereine, die ich gerne mal machen würde und nie gemacht habe. Jetzt in dem Jahr haben wir wieder ein paar herauskristallisiert, die halt gerade in diesem Jahr vielleicht sehr interessant zu spielen wären. Und wir fangen jetzt einfach mal in der englischen Premier League an und zwar mit Leeds United. Also ihr seht hier schon den FM 2021, die Beta-Version. Das sieht man links unter meinem... Eigentlich sieht man es nicht. Ich bin davor, also sage ich es dazu. Ja. Wir werden jetzt noch nicht so wirklich viel aufs Spiel selbst eingehen, weil ich glaube, dafür gibt es dann noch extra den Anfänger-Guide, den wir planen und natürlich die Let's Plays. Wir kümmern uns wirklich um Leeds. Was sind so deine Erinnerungen an Leeds United? Ja, da wir ja die 90er miterlebt haben, war Leeds damals ja schon noch ein Top-Club in England, also auch immer in Europa dabei. Absolut, ja. UEFA Cup damals noch hauptsächlich, glaube ich. Genau. So bin ich es zumindest noch im Kopf. Also die Jahre hier. Ich kann mich, glaube ich, an das Spiel erinnern. Das war gegen... War das gegen 60? Ich glaube, das war sogar gegen 60. Echt? Ist ja cool. Okay. Muss ja UEFA Cup gewesen sein. Ja. Und ja, also wie gesagt, dann sind sie halt abgestiegen und dann habe ich sie erstmal aus den Augen verloren. Aber weißt du, was bei Leeds passiert ist? Waren das finanzielle Probleme? Ich bin mir nämlich gerade nicht mehr sicher, irgendwie habe ich das im Hinterkopf. Ich glaube auch. Ja. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Aber auf jeden Fall sehen wir, ja, dass sie dann 2003, 2004 abgestiegen sind. Und dann waren sie zwei Jahre später relativ knapp dran, wieder nach oben zu kommen. Und ja, also ich weiß nicht, wie knapp da die Tabelle war, aber hätten sie es da geschafft, vielleicht hätte die Entwicklung des Klubs eine ganz andere Richtung genommen. Aber man sieht, sie haben es nicht gepackt, sind dann darauf eigentlich auch fast 20 Tabellenplätze schlechter abgestiegen als Tabellenletzter. Und ja, Drittklassigkeit, dann wieder in die zweite englische Liga gekommen. Aber da ist es natürlich so, dass die Konkurrenz ist in die Karte. Also da dann wieder nach oben zu kommen als Aufsteiger, vor allem auch, ist nicht einfach. Jetzt haben sie es endlich geschafft mit einem sensationellen Trainer, mit Bielsa. Ja. Deswegen ist es natürlich auch durchaus interessant, vielleicht Bielsa's Spielstil da reinzukriegen im FM. Aber wir schauen jetzt mal ein bisschen den Klub durch, wir sehen in den Einrichtungen. Etwas, was mich überrascht hat, die Nachwuchsrekrutierung ist relativ schlecht. Also nur vier von acht. Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist es auch ein englisches Problem. Auch möglich. Aber hat mich schon irgendwie schockiert. Ja, das stimmt. Weil vor allem, selbst wenn du eine gute Nachwuchsrekrutierung hast, dann hast du halt auch wieder mal grottenschlechte Jahrgänge dabei. Also da kommt dann ja gar nichts, glaube ich, oder? Ja, ist, glaube ich, sehr schwierig. Wobei, es ist aber grundsätzlich schwierig, glaube ich, Talente aus der eigenen Jugend in der Premier League einzubauen. Ja, stimmt, sicher. Weil der Sprung einfach viel zu krass ist. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und da ja Leeds doch so ein Verein ist, den wir ja, wie gesagt, in unserer Erinnerung schon immer noch oben in der Premier League verorten, ist ja das dann auch die Herausforderung, dass man die wieder ganz nach oben führt. Ich meine, große Rivale von United. Absolut, ja, genau. Die hassen sich ja ordentlich, ja. Genau, und ich meine, United zu übertrümpfen, das ist zurzeit sogar realistisch. Ja, ich weiß nicht. Im FM sind sie, glaube ich, nie so schlecht, oder? Ich weiß nicht genau. Ja, das kann sein. Aber ja. Ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen auf die Mannschaft selbst, damit man sieht, womit man es eigentlich zu tun hat. Also das ist hier der Kader. Wie gesagt, noch nicht das finale Spiel, aber es sollte eigentlich aktuell sein, Mitte November. Einer der großen Stars ist einer, den sie verpflichtet haben, nämlich Rodrigo, den spanischen Stürmer, den man vielleicht von Valencia kennt. Wir sehen hier, ja, über sechs Jahre und 172 Einsätze später, er wurde aber auch ein bisschen kritisiert, weil im Endeffekt war der nie so der richtige Knipser. Also das ist auch eher einer, der eben unterstützend vielleicht kommt aus dem Mittelfeld. Hier sehen wir übrigens eines der neuen Features. Die Eignung für eine Rolle wird in Sternen angegeben und nicht mehr in diesen komischen Kreisen. Ja, Rodrigo ist auf jeden Fall einer, der, ich glaube, dass der als zweiter Stürmer ganz gut funktionieren könnte. Ich glaube, dass der in einem System mit Solospitze nicht so ganz zur Geltung kommt. Ja, wie du schon sagst, seine Torquote, auch wenn man es bei den anderen Vereinen anschaut, Benfica, glaube ich, müssen wir da mal ein bisschen ausklammern. Aber super Torquoten hat er jetzt nicht aufgelegt. Gar nicht gewusst, dass der mal in England war, aber Bolton anscheinend sogar. Okay, das wusste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. War sogar Premier League, interessant, 17 Spiele. Ich meine, Valencia hat den ja verkauft, weil Valencia ja auch ziemliche Probleme hat zurzeit. Finanziell, ja. Und ich meine, das war eigentlich für so einen Stürmer ein richtiges Schnäppchen für 30 Millionen. Ja. Vor allem nach England, da sind schon ganz andere Summen ausgegeben worden. Das bestimmt, ja. Aber wirklich nicht so ganz der große Knipser, das ist aber eigentlich eher die letzten Jahre überraschenderweise Patrick Bamford. Also als zweier Sturm könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Gut, der hat jetzt aber auch keine überragenden Torquoten. Das war ja einer der Lone-Army von Chelsea. Da sieht man, wie viele Jahre der eigentlich verliehen wurde. Wie willst du machen? Geben wir die Positionen durch? Ja, gern. Jetzt haben wir eigentlich die größten Talente genommen. Im Tor Kiko Kasia, der war immerhin bei Real Madrid. Ich habe das ziemlich lustig gefunden damals, weil das war noch, war 2015, war er der Nachfolger von Kasia's? Oder die Nummer 2 von Kasia's? Hinter Kasia's? Irgendwas war da. Ich habe das ziemlich lustig gefunden, auf jeden Fall mit dem Namen. Also ich habe den immer irgendwie als Ersatzkeeper von Real auf dem Schirm. Genau, ja. Wechselte dann, was sehr überraschend war, in die zweite englische Liga. Das war auch dieses Jahr, glaube ich, wo Leeds verfilmt wurde. War das Amazon? Ich glaube fast. Amazon, ja. Das war diese Doku-Telkasserung. Genau, auch sehr, sehr sehenswert grundsätzlich. Da wurde er, glaube ich, in der Winterpause verpflichtet, wenn ich mich nicht täusche. Aber die haben anscheinend einen französischen jungen Keeper, der sehr talentiert ist vom FC Lorient, 20 Jahre alt. Genau, das ist auch die Nummer 1 in Realität bei Leeds. Also der Mestier, glaube ich, spricht man aus. Den kannte ich auch nicht, bevor er hier bei Leeds aufgeschlagen ist. Also ich lerne den auch erst so richtig diese Saison in der Premier League kennen. Ja, der hat anscheinend einmal gut funktioniert bei Lorient, wurde dann an Leeds schon verliehen und hat scheinbar überzeugt. 5,5 ist, jetzt muss man echt sagen, wenn man diese Werte so sieht, auch ein ziemlicher Schnäppchen gewesen. Ja, und der ist 20, also super, super Keeper eigentlich für gutes Entwicklungspotenzial. Und eben die erfahrene Nummer 2 dahinter, das ist schon ganz cool eigentlich. Genau, da ist der Kassier wieder Backup. Genau. Ich meine, genau, und dann werden wir jetzt die Verteidiger mal anschauen. Ich meine, Bielsa spielt ja oft mit Dreierkette. Ja, das heißt, schauen wir mal einfach durch, oder? Ja, genau. Also da sehen wir, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist für diesen taktischen Stil, dass die Verteidiger auch richtig gut am Ball sind. Die körperliche Wucht ist da auch gar nicht so wichtig im Bielsa-System, glaube ich. Also du brauchst vor allem auch diese ganzen mentalen Fähigkeiten. Wir sehen einen Berardi, der ist zu Beginn gleich mal verletzt, 8 bis 9 Monate. Und der 31-Sekund-Vertrag läuft aus, also die Geschichte ist erledigt, befürchte ich. Dann haben sie einen relativ guten Rechtsverteidiger, der kaum Schwächen hat, was man so sieht. Also offensiv wie defensiv stark. Ja, ist auch schon lange bei Leeds, also wenn man den Verein ein bisschen verfolgt, der ist auch schon lange Stammspieler. Ja, ist der nicht sogar Kapitän, oder wer ist der Kapitän schnell? Ich glaube, dass Cooper Kapitän ist. Lieben Cooper, genau, ja. Dann haben wir hier einen Iren. Gut, der ist auf der Transferliste zu Beginn, schauen wir sie. Da braucht man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Dann ein Marokkan. Da sind wir jetzt eigentlich schon im Mittelfeld. Das passt. Genau, Robin Koch haben wir noch in der Innenverteidigung. Ja, gehen wir auf den gleich. Der ja vom SC Freiburg nach England gewechselt ist. Für alle ein bisschen überraschend eigentlich. Ja. Das Leeds, den geholt hat. Man hat erst gedacht, der geht vielleicht eher so zu Leverkusen, Schalke. Naja. So die. Ja, interessanter Schritt auf jeden Fall. Vor allem mit 24 jetzt Stammspieler in der Premier League zu sein. Ja, also sehr attraktiver Schritt. Ob er es packt, ist die Frage. Ja. Ich bin eigentlich großer Fan von Robin Koch. Ähm. Dann haben es noch diesen Niederländer hier. Streik oder Streik. Ähm. Da sehen wir, dass der richtig viel Talent hat. Also auch ein super junger Spieler. Ajax. Kennst du ihn von dort? Stroik? Nein. Ähm. Habe ich irgendwie verpasst. Okay. Ich glaube, der war aber dann auch nur in den Nachwuchsmannschaften bei Ajax. Ja, also man sieht, gespielt hat er zumindest nie. 2017 dann schon zu Leeds, ja. Genau, aber sein Premier League-Debüt, glaube ich, hat er auch schon gegeben. Soweit ich das, äh. Ja. Überblicken kann. Da sehen wir, fünf Spiele hat er in der Championship sogar noch gespielt. Und, ja. Aber der ist dann auch relativ jung dorthin gewechselt. 2017, also. Anscheinend auch zuerst mit Leihe. Oder Kauf- und Rückleihe. Unbekannt. Aha. Unbekannt. Danke. Okay. Ähm. Das heißt, eigentlich, wenn man so schaut, Innenverteidigung ist durchaus vom Personal her an sich Handlungsbedarf, oder? Ich meine, wir haben dann den... Ja, kommt jetzt drauf an. Wenn man jetzt sagt, man spielt jetzt mit Dreierkette, da würde ich jetzt also mal sagen, äh, Cooper, Koch und... Lorente? Ailing oder Lorente? Ja, muss man schon Lorente spielen lassen, fast, oder? Ja. Weil Ailing war ja rechts. Gut, kann auch Innen spielen. Kann auch Innen spielen. Gut, dann eben, äh, Lorente. Ich meine, du brauchst ja auch einen Backup. Das ist ja... Zumindest einen. In der Premier League sollte der ja auch ein bisschen was drauf haben. Ja, ja, absolut. Also es ist eine Sicherposition, wo man vielleicht ein bisschen nachjustieren sollte. Ich meine, es gibt dann eben Leute, so wie er hier, der theoretisch Innenverteidiger spielen könnte, aber wenn man sich die Fähigkeiten anschaut, weiß man schon, das kann man vergessen. Ja, eher Mittelfeld. Wen haben sie denn da noch? Ja, das war es eigentlich für die Verteidigung. Also das... Also dann bietet sich eigentlich Dreierkette schon fast an bei dem Kader, weil... Absolut. ...Außenverteidiger ist nicht viel. Ich filter jetzt schnell die weg, die nicht mehr da sind beim Klub, dann sieht man schon mal, dass der Kader relativ klein wird. Ja. Ja, Aglowski, Linksverteidiger, der aber extrem offensiv ist. Aber das ist genau das, was du brauchst, wenn du mit 3- oder 5er-Kette spielst. Mhm. Was ich halt geil finde, das ist Bielsa-Style, Aggressivität 18, Einsatzfreude 19. Ja, der hat auch irgendwie eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt, wenn man bedenkt, wo der hergekommen ist. Ich meine, ich glaube, das war ja die zweite Schweizer Liga oder so, oder? Schaffhausen, Lugano und dann Leeds. Also es waren jetzt nicht die großen Schweizer Vereine oder so. Würde mich sehr interessieren, wie sie den entdeckt haben. Weil vom FC Lugano der Schritt in die Championship ist jetzt auch nicht ohne. Ja. Aber ja, toller Spieler, hat sich toll gemacht. Ja. Stuart Ellis, den kennt man auch. Ja, ist auch so ein super Allrounder. Das ist einer, wo man, glaube ich, einfach froh ist, den im Kader zu haben, weil man weiß, der wird seine Spiele im Jahr machen, weil er einfach überall spielen kann. Ja, der ist ja auch schon ewig bei Leeds, glaube ich. Ja, 2015. Ja, 2015, ja. Also das ist auch ziemlich top. Dann haben wir den Adam Forshaw, sagt mir nix. 28-jähriger klassischer Ergänzungsspieler. Weiß nicht, kann man mal machen. Ist aber nicht wirklich notwendig, glaube ich. Wird schon dünn für die Premier League. Ja. Körperlich vor allem auch. Ja, vor allem wenn man jetzt auch bedenkt, er ist jetzt 28 und jetzt nicht, kein unangefochtener Stammspieler, dann muss man sich schon überlegen. Aber Markt wird 7,75, das ist ja so pervers in der Premier League. Calvin Phillips, den kenne ich aus der Doku noch ganz gut, absoluter Stammspieler und Leistungsträger. Und ich liebe solche Spieler von den Werten her einfach. Also so jemanden im zentralen Mittelfeld zu haben, ist einfach bald wert. Und man sieht, der kommt aus der Leeds Jugend 2013. 165 Einsätze. Ja, super Spieler. Ja. Also mental, körperlich und technisch top, 24 Jahre alt und Engländer, perfekt. Junges Talent, Jamie Shackleton, mental sehr, sehr gut, körperlich eigentlich bis auf Kraft und Sprunghöhe, aber so zumindest ein sehr schneller, beweglicher Spieler. Technisch schon in Ordnung und noch sehr viel Potenzial. Das wäre vielleicht so ein Kandidat, den man dann verleihen könnte. Ja, also der hat Entwicklungspotenzial. Man muss schauen, dass er das ausschöpft und dazu muss er wahrscheinlich spielen. Ja, Stammspieler in der Championship wäre schon ganz cool mit dem, glaube ich. Ja. Dann, Matthäus Klich. Den kennt man auch aus Deutschland. Ich kenne ihn eigentlich aus Kaiserslautern. Irgendwie hatte ich die eigentliche Erinnerung, dass er es in Deutschland nicht gepackt hat. Ja, ich meine zwei Jahre, 21 Einsätze. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Vielleicht war er auch oft verletzt oder so, aber... Ja. Genau, also aufgetaucht ist er dann wieder bei Leeds. Ja. Überraschenderweise sind tolle Underdogs, die sie da auch verpflichtet haben. Hier Aljowski und... Schon, also wie die gescoutet haben, würde mich sehr interessieren, muss ich echt sagen. Da haben sie eine gute Arbeit gemacht. Das ist jetzt die Frage, ob es das jetzt auch für die Premier League reicht. Also ich... Ich sage mal, wenn da wer interessiert ist und Wuhan und Dalian Professional, also wenn du da ein gutes Angebot aus China kriegst, musst du das, glaube ich, annehmen. Der Mann ist auch 30, also... Eben, ja. Sonst könnte ich aber mit so jemandem auch als Backup ganz gut leben. Ja. Dann Rodrigo haben wir eigentlich schon gehabt. Jack Harrison, der ist geliehen von Man City. Ja. Sehr, sehr gutes Talent. Ja, das ist so ein... Spieler, den kann man spielen lassen. Mhm. Auch in der Premier League, würde ich sagen. Ja, du raus. Und ich weiß nicht, habt ihr... Die haben sogar eine Kaufoption. 11 Millionen. Das sind ja Peanuts für Premier League. Marktwert 24, also allein dafür zahlt es sich aus. Das stimmt. Um ihn dann vielleicht weiter zu verscherbeln oder sonst was. Aber echt solide Werte. Und gute Engländer, die leistbar sind, sind eh rar. Deswegen ist das gar nicht so schlecht. Rafinha. Sehr, sehr geiler Spieler. Ja, sehr interessanter Spieler, ja. Ja, ich kenne den eigentlich auch noch aus der Sporting-Zeit. Ich habe gar nicht gewusst, dass der bei Start Renn war dann. Hm, der war bei dieser... Also Renn hat ja eine super Saison gespielt. Haben sich für die Champions League qualifiziert. Stimmt, stimmt, natürlich, ja. Und da war Rafinha halt einer der Leistungsträger auch. Stimmt, ja. Weiß schon wieder. Ja, sensationeller Spieler. Ich habe FIFA gerade erst gegen Leeds gespielt. Und da ist mir der extrem aufgefallen, weil ich den einfach nicht in den Griff gekriegt habe. Dann haben sie Helda Costa. Achtung, das ist ein Portugiese, der nicht bei den Wolverhampton Wanderers spielt. Auch das gibt es in der Premier League. Aber er war bei den Wolverhampton Wanderers. Oh, verdammt. Weil nur so kommen Portugiesen nach England. Ja, genau. Das ist der sichere Hafen für die Portugiesen. Das wäre auch eigentlich eine geile Challenge gewesen. Aber egal. Ja, sensationeller Spieler braucht man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Wir sehen hier, eingeschätzt wird als Rotationsspieler derzeitige Fähigkeit nur drei Sterne. Ich könnte mit dem als Stammspieler auf jeden Fall auch gut leben. Kommt halt darauf an, was man spielen will. Also Aggressivität 9 ist jetzt nicht so der Burner. Wenn du jetzt sehr hohes Pressing spielen willst, weiß ich nicht, aber kann man machen, oder? Ja, richtig Bauchschmerzen hätte ich nicht damit. Ja. Dribbling 16, das ist schon nah an der Weltklasse. Kann man lassen. Ja. Dann Pablo Hernandez, auch den könnte man kennen. Mittlerweile nicht mehr der jüngste, 35 Jahre alt. Das ist aber einer, der hat Grundfitness 16. Das heißt, da merkst du halt auch, dass der deswegen körperlich nicht so wirklich abbaut. Aber so jemanden auf der 10 zum Beispiel zu haben, ist doch sensationell. Ja, also den auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn spielen lassen würde, aber auch wenn du das so mal in der Hinterhand hast, ist doch super. Ja, schau mal, wenn es den zum Beispiel als, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ein Gansch. Genau das. Aber schau dir mal die Fähigkeiten an, die er dafür braucht. Das ist das Schwächste, was er hat, 15. Der Rest 16 und 17. Ja. Also den halt einfach als Spieler zu haben, der defensiv nichts tut, deswegen funktioniert es mit dem Pressing-System dann wahrscheinlich nicht so, in zumindest der Rolle, aber der dann einfach nur offensiv die Bälle verteilt, das ist sensationell. Aber ganz ehrlich, für das Geld, muss man halt auch dazu sagen, würde ich den wahrscheinlich gehen lassen. Ja, wenn man Geld für ihn kriegt, dann musst du ihn gehen lassen. Ja, also vielleicht kommt da auch irgendwie ein Angebot aus China. Keine Ahnung. Interessanterweise war der schon in Arabien, also in Katar. Zweimal war der anscheinend schon in dem Raum. Okay. Ja. Interessant. Patrick Bamford haben wir ja schon angesprochen. Das ist halt wirklich so ein Spieler, der war bei Chelsea so dieses ewige Talent und hat halt wie viele Chelsea-Talente dieses Problem gehabt mit dieser Lone-Army, jedes Jahr anderer Klub. Aber der hat sich bei Leeds jetzt wirklich nicht so schlecht entwickelt. Hat sich gut gemacht auf jeden Fall, ja. Ist jetzt kein top englischer Stürmer, wird es wahrscheinlich auch nie sein. Als Backup finde ich den absolut solide. Ja, es ist halt jetzt wieder auch so eine, wie bei Rodrigo eben. 67-Spiel und 25 Tore ist nicht schlecht. Ja. Aber der richtige Knipser. Aber die andere Frage ist halt, wie da kriegst du einen richtigen Knipser zu Leeds. Und das ist vielleicht auch eine Baustelle, die man sich überlegen muss. Genau, absolut. Wir haben dann noch einen auf dieser Position oder zumindest in der Offensive Tyler Roberts. Ein junges valisisches Talent. Wie man hier sieht, natürlich auch nicht der große Knipser, aber der ist halt auch viel am Flügel zu Hause. Ja. Der wäre auch einer, der dann durchaus dieses Potenzial hat. Hätte ich wahrscheinlich kein Problem, den im Kader zu lassen als dritten Stürmer. Ja. Weil ich muss sagen, einen, ich weiß nicht, einen 21-Jähriger zu verleihen, den zu verleihen. Naja, wenn du jetzt sagst, man würde jetzt vielleicht in der Spitze spielen dann mit Bamford und Rodrigo. Ja. Als Doppelspitze vielleicht sogar. Ja, das hätte ich auch gedacht, ja. Wenn man sagt, man spielt dann 3-5-2, weil was anderes bleibt ja fast nicht übrig, wenn man keine Außenverteidiger hat. Dann genau das habe ich auch gerade gedacht, ja. Also ich hätte es 5-3-2 genannt, aber im Endeffekt ja eh egal. Ja, gut, im Endeffekt ist es ja das Gleiche, aber von Kader her würde sich das wahrscheinlich anbieten. Also auf jeden Fall mal eine Dreierkette, weil gesagt, es sind kaum Außenverteidiger vorhanden. Ja. Und wenn dann nicht doppelt besetzt die Position, was immer schlecht ist, in der Premier League eben auch. Ja, absolut, absolut. Also man müsste halt einfach echt schauen, also die Taktik würde sich wirklich anbieten. Und das ist halt schon was, du hast halt echt eigentlich eine ganz geile Situation, weil du in der Defensive wirklich mit dieser Fünferkette kompakt sein kannst. Das kann gegen Top-Teams super sein, was du dann halt brauchst, sind wirklich vielseitige und vor allem auch körperlich starke Flügelspieler, damit die dann in den Angriffssituationen, das kann ich Ihnen gerade nicht ziehen, in den Angriffssituationen sich so verhalten. Und so hast du dann eigentlich überall am Platz, wenn die schnell genug sind, Überzahl. Genau, also das kann man ja dann jetzt ausgestalten, wie man will. Wenn man jetzt sagt, man setzt die beiden Flügelspieler eins zurück und dafür noch einen Sechser oder einen Zehn einmal rein. Auch gut möglich, genau. Also schiebt den einen zentralen Mittelfeldspiel nach vorne oder nach hinten. Alles möglich. Oder man macht den zum Beispiel so als Springer, je nach Spielverlauf. Wenn es einer ist, der beides kann, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber das wäre mal so eine Taktik, die mir zumindest nach dem ersten Blick auf den Kader mal einfallen würde. Ja, und vor allem, man muss eh ganz ehrlich sagen, im Endeffekt, gerade das erste Jahr über hast, wir können mal aufs Budget schauen, wir haben ein Transferbudget von drei Millionen. Nächste Saison 25, ich habe übrigens gerade vorhin in der Presseinfo noch gelesen, dass sie es so gemacht haben, dass sie Corona in dem Sinne so umgesetzt haben, dass die Klubs im ersten Jahr scheinbar, also dass es im ersten Jahr scheinbar weniger Transferaktivität oder niedrigere Transferaktivitäten geben wird. Was ich eh ganz cool finde. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch mal was mit dem Budget zu tun hat. Nur kurz zur Taktik noch, das heißt übrigens nicht, man muss mit Flügelspieler spielen, man kann auch ganz ohne Flügelspieler spielen, also kann man auch machen. Ja, sicher. Dann würde sich aber auszahlen, meiner Meinung nach, wo haben wir es, etwas breiter zu verteidigen, weil sonst hast du einfach das Problem, dass, also so kommst du dann auch ohne Flügelspieler auch ein bisschen weiter raus, was die Positionen angeht. Und wenn euch dann der Platzwart fragt, wie ihr euer Spielfeld gestalten wollt, dann könnt ihr es auch möglichst eng machen. Solche Sachen sind auch immer ganz praktisch, je nach eurem Spielstil. Ja, es würde sich da schon anbieten, gerade wenn du so spielst, dann hoch zu pressen, also sehr aggressiv zu spielen. Und da muss man halt einfach schauen, dass da wirklich das gesamte Personal dazu passt. Also da hast du dann eben genauso Leute wie den Klick, die dann, ja gut, aggressiv genug ist er eigentlich, aber vielleicht nicht schnell genug. Ausdauer 16, gut, ich nehme alles zurück, den meine ich nicht. Na, aber was sagst du zu Leeds? Coole Aufgabe. Ja, ist echt eine interessante und coole Aufgabe. Ist auch eine, die mich persönlich einmal reizt. Ich mag das ja eigentlich nicht so in der Premier League zu trainieren im FM. Aber Leeds würde mich vielleicht echt reizen. Verstehe ich. Ja, es ist irgendwie auch so, also ich bin eigentlich, ich bin generell ja so dieser Underdog-Trainer-Typ, der lieber mit kleineren Vereinen in kleineren Ligen spielt. Da ist das auch so ein Thema für mich, das stimmt, ja. Aber das wäre wirklich interessant. Hier ist die Leihspieler. Genau, noch ein paar Verline. Der Herr Bogusch ist erst 18 und hat wohl noch Potenzial. Ja. Der ist in Spanien anscheinend. Ja. Dann sehen wir den G-Linen. Den kenne ich auch irgendwoher. Mirial. Barca B, daher kenne ich den. 60 Einsätze, 10 Tore. Ja. 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 Gut. Wird sich nicht mehr so wirklich entwickeln, glaube ich, aber schauen wir mal. Ja, also da sieht man nicht so die ganz großen Talente, wie sieht es in der U23 aus. Da ist schon besser. Wow. Also da ist bis da eigentlich interessant, muss ich sagen. Bis da runter. Also da lässt sich auf jeden Fall gut mit arbeiten. Der wäre eigentlich auch sogar echt interessant für die Mannschaft da fast schon, gell? Ja, der schaut echt interessant aus, das stimmt. Kaufoption haben sie eh keinen, kann zurückbeordert werden, also den könnte man sich wieder gönnen. Dann hast du da auch ein junges Innenverteidigertalent. Also da kommt schon was nach. Finde ich jetzt deutlich besser, als ich mir gedacht hätte, oh, U18 dafür weniger. Aber das ist halt die talentierten U18-Spieler sind schon oben, ja. Genau, also was ich in England immer empfehle, ich bin kein Fan von diesen U23-Mannschaften. Das mir die Spieler dann verleiht in die unteren englischen Ligen, wenn das geht. Ja, was mich auch irgendwie immer so stört, ist, wie arg viele Spieler man eigentlich im Kader hat, unter Vertrag. Und denen zahlt man ja auch allen was, also summiert sich ja auch. Ja gut, das wird jetzt in England nicht das große Problem sein, aber... Ja, stimmt, stimmt. Mich stört es trotzdem. Alter Sparfuchs. Vor allem, ich glaube, ich weiß nicht, bis ab da kannst du eigentlich alle raushauen. Jetzt sagt er wieder, ihn stört der große Kader, aber in der Vorbereitung hat er dann 23 Probespiele. Ja, ja, ja. Gewisse Dinge ändern sich nie. Ja gut, wir haben euch jetzt mal Leads vorgestellt. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich eh schon überzogen und länger gemacht, als wir machen wollten, aber es passt für das erste Video. Ganz kurz, ganz kurz, eins habe ich noch. Schaut doch mal kurz auf die Vereinsziele, ob man da schon was sieht. Unterhaltsamen, offensiven Fußball und Nachwuchs fördern. Ist geil. Das wird Nachwuchs fördern, ist anscheinend dann aber wirklich eine Herausforderung, wie wir gesehen haben, weil ja die Rekrutierung ja nicht so toll ist. Absolut, ja. In der U23 kommt ein bisschen was nach. Offensiver Fußball, ja. Und das hat die höchste Wichtigkeit. Das heißt, man muss echt schauen, dass man die, die man hat, jetzt schon einbaut, weil man davon ausgehen kann, dass die nächsten drei, vier Jahre, bis man nicht ausgebaut hat, nichts nachkommt. Naja, vielleicht gibt es sich dann an, den Herrn Bogusch da zurückzuholen. Ja, absolut. Aber interessante Ziele auf jeden Fall. Wir sehen, wie sieht es national aus? Mittelfeld. Das ist, glaube ich, okay. Ja, ich glaube, Mittelfeld ist möglich. Realistisch will ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil Premier League ist bockstark, aber möglich. Ja. Und dann wird es eben eure Aufgabe sein, dass man Leads vielleicht mal wieder auf der europäischen Ebene sieht. Absolut. Also vielleicht eine kleine Inspiration für die Safe Games, die es im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder geben wird. Ja, Matthias, wir haben es eigentlich, oder? Genau, aber ich weise noch kurz darauf hin. Wir haben die ganzen Teams-to-Player auf unserer Seite, fußballworld.at. Matthias, vorbildlich. Link. Ja, hallo, ich habe hier die Texte geschrieben. Ich muss da auch ein bisschen Werbung machen. Link ist auf jeden Fall unter dem Video. Da bringen wir es rein. Ja, genau. Da haben wir euch fünf Teams vorgestellt, die wir denken, es ist wert, dass sie gespielt werden. Aber die kommen dann auch noch im Video. Genau, also die fünf haben wir uns vorgenommen, dass wir in den Videos in den nächsten Tagen vorstellen. Dann wird es eben noch einen Anfänger-Guide geben und die Let's Plays, die starten dann selbst mit offiziellem Spielstart, also am 24. Gut. Dann haben wir es jetzt, oder? Jawohl. Danke fürs Einschalten. Ja, viel Spaß mit Leads, wer Bock drauf hat. Und ja, wie gesagt, ein paar Vereine als Inspiration kriegt ihr noch. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020